So, Teil 2 1. Willkommen zurück bei Fight of Gods. Heute wollen wir mal mit Anubis spielen. Und zwar den... den Normalen. Mal schauen, wen wir bekommen als Gegner. Anubis ist ja ein Schakal, oder? Ich glaube schon. Anubis müsste Schakal sein. Und gleich mal gegen Moses. Der Gegner, gegen den ich mich immer am schwersten tue. Gleich als erstes. Perfekt. Round 1. Fight! Wow wow wow! Okay, Anubis ist ja geil. Hier sieht doch schon wieder aus wie eine Katze. Ganz schlimm ist ja, wir werden in einem Film geteilt mehr. Wer ist eine Katze und Moses macht mal BANG, dann kommt das Wasser und wir sind alle abgesossen. Wow wow wow! Wow wow wow! Mal langsam! Okay, Schwing? Wow wow! Nein! 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 Rhythmisch! Haha, okay. Wow! Geile Aktion! Rund 2! Ab! Ich muss mal ganz kurz die Move-Listisch... Ach Gott, vor, unter, vor... Unter, vor, unter, vor... So, schauen wir mal! Und... Nein, daneben! Nein! Mist, zau! Ich hab den Stolzhammer auf volle Leistung zu kommen! Wow! Wie geil war das denn? Fünf V hope! Ja! Shu, hole auf uns! E... Das war's für heute. Ja 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 Hey oh Ja 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 Okay, ich habe es nicht so gut Gwanggong Gwanggong Viere Ja Wann mal Wir haben Wir müssen Ja, komm, los! In das Gesicht, auf die Nase, in die Augen! Hau ab, du! Hey, ich bin! Krass, eine super Attacke machen! Movelist! Run davor, run davor! Run davor! Hau ab, du! Nein! Wieder nicht! Wieder die Attacke vor Gold sind! So, unsere Kämpfer ein bisschen unfairer! Ja! 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 Nein, 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 nein! Ich verstehe es nicht! Warum kriege ich ja Tage nicht in der Nähe hin? Hallo, Mädels? Ich verstehe es nicht! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Mal die Sendung. Ich bin der Knoer, ich bin der Knoer und Wund把 die Sendung gebetet werden. Ich bin der Knoer oder Knoer, du wirst noch nicht in der Knoer zu haben. Und Tima wieder 2 weg, ich fasse den Elf nicht, Yadlang ist scheiße. Oh, eine kleine Leni, bleib mal stehen! Ich bin gerade zu nah vorrücken, ich will noch mal schnüffeln. Oh, eine Leni! Super Kameraeinstellung, tipptopp. Hallo, weil das nicht der alte Sack vom Nordpol ist. Ho ho, Merry Christmas. Ho ho, von Wegen. Na, von Wegen. Weihnachtsbaus ich auch nicht, oder? Geiles Ding. Ich hab mal den Bart rausgerissen. So, du alter Sack. Und? Nein! Geiles Ding. So, diese... ...attacke ist einfach nichts für mich. Heiho! Das war ja mal... ...Round Two! Riesen Sieg! Warte! Näh-näh-näh-näh-näh-näh-näh. So, jetzt gehen wir ran und drücken irgendwelche Sachen her. Ah, so gegen Odin. Odin, willst du das wirklich tun, gegen mich anzutreten? Oh, Osco! Round one, fight! Ah, da ist von der Funken an echt. Und wieder daneben gegriffen. So eine Scheiße! Wow! Warte, wenn du nur wirst du durchziehen, müssen wir ja gar nicht mehr machen. Ja, nur um her anzuhören, wie sie heißt. Spielen. Ich bin ein Kau. So, Kau. Ja. Amaterasu. Amaterasu. Okay. Amaterasu. Ich bin ein Kau. Amaterasu. Ich bin ein Kau. Round one. Bist. Mäde. Gibt. Gleich auf gegen mich. Hoa. Ohi. Hoi. Hör mal auf damit. Oh, 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 oh! Das waren jetzt Zerfäzer. Nein. Nicht du! Das ist dumm. Bis zum nächsten Mal.